Hallo Leute, wir sind hier gerade unterwegs mit dem Spikes. Wir waren auch schon im Wasser. Da irgendwo hinter diesem Hügel... Da sind meine Waldgrüne. Tobi und Simon. Hinter uns seht ihr das blaue Wasser. Es gibt einige Ställe mit Müll. Heute war nicht so viel Müll am Wasser. Da konnten wir sogar schnorcheln. Das war ganz cool. Wir haben zwei Bananenjuices und zwei Mangojuices getrunken. Kein Alkohol, da wir ja mit den Rollern unterwegs sind. Das holen wir uns sicher später noch nach. Tschau!